Scheiße. Nochmal von vorn. Der ist Geschichte. Alles klar, unser Kumpel scheint so durchzukommen. Haltet Ausschau nach feindlichen Einheiten. Unsere Jungs sitzen da ziemlich auf dem Präsentierteller. Ich sehe Feindbewegungen auf der Straße. Da unten. Auf dem Balkon, linke Seite. Ich zieh auf dem Dach, direkt geradeaus. Wow. Da kommt ja so einiges angeflogen. Scheiße, ey. Ziel auf dem Dach. Aber wo? Ach, schon alle ausgeschaltet. Mann. Da kommen noch mehr. Behaltet Straße und Dächer im Auge. Ich bin getrunken. Die Luft scheint rein zu sein, Missfett 1-3. Wir gehen los. Over. Wir geben euch Deckung. Ihr könnt los. Mann, das war ja wieder eine Meisterleistung von mir. Habe ich sie alle alleine umgebracht. Haha. Soll das nicht schade sein? Alles klar. Missfett 1-3, hier Doc Holliday. Vielen Dank. Wir sind durch und kümmern uns jetzt um euren Freund. Aus. Alles klar. Und dann mal wieder runter von dem Gebäude hier. Ich glaub, sie sind im Gebäude. Können wir bitte von diesem scheiß Dach runter? Verstanden. Der Rückweg wäre zu haarig. Wir müssen einen anderen Weg nach unten finden. Etwa hier? Das schaffen wir nicht darüber. Wir können das hier als Brücke schieben. Boah, schieb mich hier mal nicht. Boah, das ist fies von denen, ey. Die wollen mich hier mal irgendwo lang schieben. Da. Haha. Alles klar. Ich renne einfach mal rüber. Los, los! Hier runter. Boah. Ich spring jetzt einfach mal irgendwo lang. Hm, wo bleibt ihr Kumpels? Alles klar. Was passiert, wenn die PLR die Macht an sich reißt? Terroristen an der Spitze sind nicht gut. Alter, Amerika wurde von Terroristen für Terroristen gegründet. Was glaubst du denn, was der scheiß Unabhängigkeitskrieg war? Geschichte wird von den Siegern geschrieben. Wie bist du eigentlich bei den Marines gelandet? Weißt du was, Kempo? Das frage ich mich auch oft genug. Achtung Leute, wir haben Kontakt. Scheiße, Kontakt, mein Krieg ist los. Boah. 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 Verdammt. Nein! Oh, das war knapp. Erstmal kurz ausharren. Haben wir den erwischt? Ich hoffe ja. Boah. Verdammt. Scheiße. Zum Glück alles Zivilisten. Scheiße, wir haben hier Verletzte und Tote. Verstanden. Missfindführung, hier 1-3. Rauche Support-Kässe weg. Verstanden? 1-3 verstanden. Oh. Ich wollte eigentlich nur mal Hallo sagen. Das ist gar nicht gut. Hier sind noch mehr. Sekundärdraht, verstanden. Wir ziehen jede Menge Aufmerksamkeit auf uns. Wo ist das Problem? Kapp den Draht. Ich schneide erst, wenn ich weiß, wo der Draht hingeht. Blackburn, du bist freiwilliger. Folge dem Draht. Okay, ich folge dann einfach mal den Draht hier. Verdammt. Okay. Ich hätte gerne Licht. Ich bin nicht verstanden, Blackburn. Folge dem scheiß Draht. Ja, ich folge doch dem Draht. Kann ich hier kriechen? Jawohl. Eine Ratte. Wieder ein Erdbeben. Verdammt. Boah. Was zur Hölle? Ist das? Einfach mal rausziehen. Boah, wer ist das? Eh. Nein. Verdammt. Na, Kumpel? Du bist gleich Geschichte. Au. Bam, bam. Knack. Wow. Der sagt nichts mehr. Ja, ich komme. Wenn ich den Weg sehe. Jetzt. Boah, jetzt habe ich mich auch ein bisschen erschrocken vor unseren Leuten. Scheiße. Kann ich hier irgendwie... Ich habe irgendwas von MG gehört. Boah. Starker Beschuss. Da muss ich hängen. Wow. Nein. Mann, in dem Spiel stirbt man wirklich schnell. Oh, wir werden es schaffen. Wenn ich hier rüberkomme. Los geht's, Kumpels. Ich werde lieber mit den Scharfschützen, die wir ein bisschen umarbeiten. Aber ich sehe niemanden. Oh. Die Abgrenzungen sind ziemlich kacke gesetzt. Boah. Starker Schuss. Oh. jetzt kommen sie aber welche noch von rechts das nachladen scheiße da 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 Sie ziehen sich zurück! Sie ziehen sich zurück! Das war nicht ohne. Jawohl, ich komme schon! Au! Wow, da fliegt aber schön was in die Luft. Oh! Nein! Wow! Au! Scheiße! Ach du heilige Scheiße! Was passiert jetzt? Mission! Aufstand! Boah, das Ende der Mission war gerade eben richtig brutal, als dieses Haus uns entgegenflog. Ob wir das überlebt haben oder vielleicht in einen anderen Charakter schlüpfen, wir sehen es jetzt gleich. Ich bin bewusstlos. Ja, Sir. Sparen Sie sich das, Sir. Das wird Ihnen nicht helfen. Weil Sie mich so oder so foltern werden. So arbeiten wir nicht mehr. Jetzt lassen wir Sie einfach von der Bildfläche verschwinden. Ganz toll. Wie lange waren Sie bewusstlos? Die Sonne war untergegangen, als ich zu mir kam. Da war ein Funkspruch. Wie lange genau? Sechs Stunden acht. Das ist wichtig. War das ein Zug? Sind wir am Hutterfall? Konzentrieren Sie sich auf die Frage, bitte. Ich war noch ziemlich benommen, als ich mich rauszog, deshalb weiß ich es nicht. Und es war dunkel. Als Sie sich rauszogen, waren Sie begraben? Ich konnte etwas erkennen. Sie sagten doch, es war dunkel und Sie waren angeschlagen. Machen Sie sich lustig über mich? Wir sind nur zum Vergnügen hier, Sergeant Blackburn. Unterhalten Sie uns. Na los. Wenn Sie das sagen. Es war also dunkel und Sie waren angeschlagen. Und nach dem Beben sahen Sie etwas. Was war das?